Lohn der Barmherzigkeit Einst ging ein armer Bauer aus, um sein Feld zu bestellen. Für den gesamten Tag hatte er einen einzigen Leib Brot dabei. Als er so auf dem Landweg ging, saß am Wegesrand eine alte Frau, in Lumpen gekleidet, und hielt ihre Hände bittend vor sich, in der Hoffnung auf die Gabe einer mitleidigen Seele. Dem Bauern tat die arme Frau leid, er ging zu ihr und gab ihr den ganzen Leib Brot. Die Frau nahm das Almosen dankend entgegen, den Bauern dauerte aber, daß er nichts zu trinken geben konnte, trotz der großen Hitze. Er führte nichts mit sich, da er immer aus dem Brunnen trank, welcher bei seinem Felde lag. Als der Bauer nun sein Feld erreicht hatte, begann er nicht zu arbeiten, sondern ging zu dem Brunnen, holte sogleich einen Eimer voll Wasser aus diesem und ging eilends zurück zu dem Ort, wo er der armen Frau begegnet war. Diese war allerdings nicht mehr da. Der Bauer dachte bei sich, ich werde den Eimer hier stehen lassen, vielleicht kommt sie ja wieder, wenn nicht, nehme ich ihn wieder mit, wenn ich heute Abend nach Hause gehe. Er setzte den Eimer ab und wollte schon wieder zu seinem Felde zurückgehen, als er ein Knacken vernahm. Er blickte zu dem Wassereimer, als dieser plötzlich in tausend Teile zersprang und das Wasser augenblicklich in der Erde versickerte. Kaum war das Wasser verschwunden, so schien es sich dort unter der Erde zu regen, und zwei Blätter eines Baumsprösslings drangen durch den sandigen Boden. Der Sprössling wuchs und wuchs zum großen Erstaunen des Bauern, welcher alles mit ansah. Immer höher und breiter wuchs das Pflänzlein, bis es ein großer, kräftiger und prächtiger Baum ward, wie ihn der Bauer noch nie gesehen hatte. Der Bauer trat voll Verwunderung an den Baum heran und blickte hinauf in den Wipfel. Dort hingen die schönsten und prächtigsten Früchte aller Art, welche er je gesehen hatte. So ging er einmal um den Stamm herum, und ihm standen Augen und Mund vor Erstaunen offen. Als er den Stamm fast umrundet hatte, wurde er einer Öffnung in selbigem gewahr. Der Rahmen dieser Öffnung war in Gold gefaßt, und von seiner Neugierde getrieben, welche ihn jede Vorsicht vergessen ließ, trat der Bauer in das Innere des Baumes ein. Was war das für ein Anblick! Er trat in einen riesigen, in Gold und Silber gefassten Raum ein. Die Wände und die Decke waren auf das Edelste verziert. Am anderen Ende des Raumes erblickte der Bauer drei wundervolle Truhen, zu seiner rechten und linken zwei kleinere Truhen, und in der Mitte eine Truhe, welche gut doppelt so groß war wie die anderen beiden. Alle waren sie randvoll mit allerlei Kostbarkeiten, Gold, Silber, Diamanten und verschiedensten Edelsteinen befüllt. Gerne hätte sich der Bauer ein Goldstückchen genommen oder einen kleinen Diamanten. Wie sehr würde schon eine Kleinigkeit aus diesem großen Schatze ihm und seiner Familie helfen? Er blieb aber stark und dachte bei sich, »Der Schatz gehört dir nicht, so soll sich wenigstens mein Auge an dieser Pracht weiden.« Doch wie erschrak er, als er plötzlich hinter sich eine Stimme vernahm, die sanft sprach, »Was zögerst du?« Er hat die Frau in ein prächtiges Gewand gekleidet. »Wer seid ihr?« fragte der Bauer zögerlich. Die junge Frau entgegnete, »Ihr gab mir heute euer Brot und brachtet mir einen Eimer Wasser. Die Schätze, die du hier siehst, sind die Schätze deines Herzens. Die kleinen Truhen, zur rechten und zur linken, stehen für den Glauben und die Hoffnung, mit denen du jeden einzelnen Tag begehst. Die große Truhe in der Mitte steht für die Liebe, mit welcher du deinen Mitmenschen begegnest, trotzdem du selbst nicht viel hast. Es ist alles dein.« Der Bauer blickte noch einmal ungläubig zu den Schätzen herüber und dann wieder in Richtung der jungen Frau. Doch diese war so plötzlich verschwunden, wie sie erschienen war. Nachdem der Bauer sich gesammelt hatte, ging er zu den Truhen hin und nahm sich eine Handvoll Gold. Das, so meinte er, würde lange Zeit reichen. Dann verließ er das Innere des Baumes, welcher wieder in der Erde verschwand, und er begab sich nach Hause. Der Bauer hatte seine Hütte kaum erreicht. So sprangen ihm ganz aufgeregt seine Kinder entgegen und riefen alle wild durcheinander etwas von Gold und einem Schatz. Als der Bauer mit den Kindern seine Hütte betreten hatte, standen mitten im Raum die drei Truhen, welche er im Baum gesehen hatte. Daneben stand seine Frau und hatte sich ungläubig die Hände vor das Gesicht geschlagen. Der Bauer erzählte seiner Familie von dem, was er erlebt hatte. Es fehlte ihnen nunmehr an nichts. Der Bauer aber ging weiter täglich aufs Feld und gab den Armen und Bedürftigen des Dorfes von seinem Reichtume und half ihnen in der Not. Und jedes Mal, wenn er etwas aus einer der Schatztruhen nahm, schien es nicht weniger zu werden. Wie es nun mal so ist, wenn einer zu Reichtum kommt, macht das alles schnell die Runde. So drang die Geschichte auch an das Ohr des reichsten Kaufmannes im Dorf. Er war alt und hatte sich im Laufe seines Lebens in drei großen Kisten Gold angehäuft. Er war geizig und hart gegen die Armen und Bedürftigen im Dorf. Nun dachte er bei sich, hast du dein Leben lang hart gearbeitet für diese drei Kisten voll Gold, so will ich es ohne harte Arbeit wohl zu verdoppeln wissen. Am nächsten Tag folgte er dem Bauern, welcher aufs Feld ging heimlich bis zu der Stelle, an der der Bauer der Bettlerin begegnet war. Während der Bauer weiterlief, verbarg sich der reiche Kaufmann hinter einem Fels und es dauerte nicht lange, da kam die Bettlerin, nahm Platz und streckte bittend die Hände aus. Der Kaufmann trat hinzu, doch war zu bequem gewesen, in der Frühe bei einem Bäcker etwas Brot zu kaufen. Aber er hatte seinen Geldbeutel dabei, in dem sich viele Goldmünzen befanden. Er schob die Goldmünzen mit dem Zeigefinger auseinander und fand am Boden des Geldbeutels schließlich ein kleines Kupfermünzchen, das auch leicht zerkratzt war, von dem er meinte, dass es beim Bäcker für ein Brötchen reichen dürfte, und gab dieses der Bettlerin, dieselbiges dankend anhab. Da fiel dem reichen Kaufmann ein, dass er nichts zu trinken dabei hatte. Der Weg zurück in die Stadt wäre ihm zu weit, und das Feld des Bauern, wo der Brunnen stand, wäre ihm ebenfalls zu weit entfernt. Da dachte er an einen kleinen Tümpel, der in der Nähe lag, und er begab sich schleunigst dorthin. Am Tümpel angelangt, stellte er fest, dass dieser kaum Wasser führte, sondern nur noch eine schlammige Brühe. »Das wird schon gehen«, dachte der Kaufmann, griff in die rechte Tasche und zog den Becher eines Würfelspiels hervor, welchen er, zum Zeitvertreib, immer mit sich führte. Er füllte den Würfelbecher mit der Schlammbrühe und begab sich dorthin zurück, wo er die Bettlerin angetroffen hatte. Dann stellte er den Becher an genau den Platz, wo die Bettlerin saß. Der Becher zersprang auch sogleich, doch die schlammige Brühe verlief auf dem Boden, anstatt zu versickern. War der Kaufmann zuerst noch ein wenig besorgt, schlug die Sorge doch gleich in Freude um, als es sich unter dem Boden regte und ein Baum in die Höhe wuchs. Doch der Baum war nicht wie in der Erzählung des Bauern. Er war faulig, krumm und kahl. Der Baum war auch, als er aufhörte zu wachsen, nicht größer wie ein normaler Baum, eher kleiner. Als der reiche Kaufmann um den Baum herumging, entdeckte er einen Spalt, durch den er sich gerade so ins Innere des Baumes zwängen konnte. Dort kam er in einen kleinen Raum. In diesem standen drei kleine, geschlossene Holzkisten. Er begab sich schnell zu diesen und öffnete zuerst die linke Holzkiste. Doch wie erschrak er, als diese nur mit Steinen angefüllt war? So auch bei der rechten, und als er die mittlere Holzkiste öffnete, war diese vollständig leer. Nur am Boden der Kiste blitzte ihm etwas entgegen. Er griff danach und hielt schließlich die kleine, zerkratzte Kupfermünze in der Hand, welche er der Bettlerin gegeben hatte. Der Kaufmann schüttelte ungläubig den Kopf, als er auf einmal hinter sich eine Stimme vernahm und sich umdrehte. Es war die Bettlerin. Das ist das, was du bereit zu geben warst. Die linke und die rechte Truhe stehen für den Glauben und die Hoffnung, welche du den Menschen jeden einzelnen Tag nimmst, indem du immer ohne Rücksicht auf deine Nächsten dein Vermögen vergrößerst und keinerlei Gnade denen zeigst, die dir Geld schulden. Die mittlere Truhe steht für die Liebe, mit der du anderen Menschen begegnest. Sie ist leer. Die zerkratzte Kupfermünze war in all den Jahren das Einzige, was du bereit warst zu geben und nicht aus reiner Herzensgüte, sondern nur, weil du dir davon etwas erhofftest. Sie sei dir für dahin Mahnung für dein schlechtes Leben. Und ehe der Kaufmann etwas erwidern konnte, war die Bettlerin seinen Blicken entschwunden. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn und er rannte eilends nach Hause. Doch wie groß war sein Entsetzen, als er zu Hause anstatt seiner drei Kisten voll Gold die Holzkisten aus dem Baume vorfand. Behend öffnete er die Kisten, doch war die mittlere Kiste komplett leer und die rechte sowie die linke randvoll mit Steinen. Der Kaufmann sank zu Boden und weinte bitterlich. War er doch nun der ärmste Mann im Dorfe. Nun war er auch auf die Großmut des reich gewordenen Bauern angewiesen, welcher selbst dem Kaufmann gerne half. Und in vow ich schw treme. In die kommen den Kaufmann Tomyz Wie ist das lauch... Ich k AJ, Ne samhs